Hallo mein Lieber Wider! Ich möchte dich heute auf eine kleine Reise zwischen Traum und Wirklichkeit einladen. Ich habe für dich eine sehr schöne Karte ausgesucht. Bitte lass die Karte auf dich wirken. Vielleicht wird sie dir eine kleine Inspiration schenken, die du in deinem Leben einsetzen kannst. Neubeginn Alles auf Anfang. Ein neuer Tag beginnt. Begrüßen wir ihm voll Freude und Dankbarkeit, so wie diese Frau auf der Karte. Mit ihren Sonnenschirmen sieht sie auf einem riesigen Pilz unbewundert den Sonnenaufgang am Horizont. Wie wundervoll ist es, den jungen Morgen willkommen zu heißen, vor allem dann, wenn man wie sie gleich von drei Glücksbringern begleitet wird. Niedlichen Mach dich bereit für den Neubeginn. Vergiss deine Sorgen und Ängste von gestern. Erlaube der Vergangenheit nicht, von dir Besitz zu ergreifen. Bade im Glanz der Sonnenstrahlen. Tanke Energie Und heile Es ist Zeit, alles Belastende loszulassen. Dieser Tag ist einzigartig. Jeder einzelne Moment ist neu. Es gab ihm noch nie und es wird ihm so auch nie wieder geben. Du hast die Kraft, die Macht, so viel Gutes zu bewirken, für dich und für andere. Also mach was daraus. Heute ist dein Glückstag. Und ich hoffe auch, dass heute wird dein Glückstag sein. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Aber jetzt verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns bald. Und ich hoffe, wir sehen uns bald.